Hallo, in diesem Video die Photosynthese unter Wasser und was das zu bedeuten hat. Nachzulesen auf den Seiten 17 und 42 bis 43. Bei der Betrachtung der Photosynthese unter Wasser muss man drei verschiedene Wasserarten, Kategorien hier unterscheiden. Das ist zum einen das offene Meer, die Küstenregion und dreckiges Wasser. Und bei den drei Kategorien gucken wir uns jetzt an, wie tief das Licht eigentlich eindringen kann. Im Meer sind das bis zu 100 Meter, wie das Licht weit kommt. In der Küsteregion so um die 10 Meter, vielleicht ein bisschen mehr. Und im dreckigen Wasser nicht mal 10 Meter, nur ein paar Meter tief. Was heißt das für uns, oder für die Pflanze besser gesagt, für alles was Photosynthese betreiben muss, heißt das, dass es unter dieser Grenze nicht mehr leben kann. Und das heißt weiter, wenn Nahrung für die Pflanze, wir brauchen auf der einen Seite die Photosynthese, die kann von oben kommen, weil das Licht von oben kommt. Auf der anderen Seite haben wir aber irgendwelche anderen Nährstoffe, die eventuell an schwereren Stoffen hängt und absinkt. Und das ist genau das Problem. Hier ist wenig Platz, deswegen nehmen wir mal die Küste. Wenn wir Nährstoffe haben, die absinken, unter diesem Bereich, und zwar in diesen Bereich hier rein sinken, dadurch, dass hier keine Pflanzen leben können, bringen uns auch die Nährstoffe an dieser Stelle nichts mehr. Das heißt, wenn wir der Pflanze oder dem Photosynthetisierenden Leben Nährstoffe anbieten wollen, dann müssen wir das hier machen. Wir müssen also beachten, wie tief das Licht einsinkt, und in dem Bereich müssen wir der Pflanze dann etwas zur Verfügung stellen. Und, aber wofür ist das jetzt genau wichtig? Oder sagen wir mal so, wo wird sowas wichtig? Nehmen wir an, wir haben hier eine schöne Landschaft, wir haben hier einen Fluss, wir haben viel Grün, wir haben hier viele Pflanzen in dem Fluss, der Fluss fließt vielleicht ins Meer rein, und dann sind auch viele Pflanzen im Meer. Und jetzt kommt aber irgendjemand auf die Idee und sagt, wir müssen hier irgendwelche Ausgrabungen machen, und packt sich einen Bagger an und gräbt so ein bisschen in dem Wasser rum. Was dann passiert ist, das Wasser wird natürlich schmutzig, im Sinne von, dass da irgendwelcher Staub oder Dreck oder Erde aufgewirbelt wird, was dann hier natürlich mit dem Wasser mitgezogen wird und dann ins Meer fließt. Da denkt jetzt natürlich jeder normale Mensch, na gut, ist der Bagger wieder weg, ist das ja alles wieder sauber. Sieht auch so ganz schön aus von oben, aber wenn man jetzt mal reinguckt ins Meer, dann kann das unter Umständen so raussehen. Man sieht hier die ganzen Wasserpflanzen und überall hat sich der Dreck abgelegt. Der Dreck, der eben durch den Bagger aufgewirbelt wurde, legt sich dann auf die Pflanzen ab, möglicherweise nur eine ganz dünne Schicht, und dadurch ist es den Pflanzen dann nicht mehr möglich, Photosynthese zu betreiben. Ich springe nochmal. Das heißt, wir haben zwei gefährliche Punkte. Wir haben zum einen diesen Punkt, im dreckigen Wasser geht das Licht nicht mehr so weit, das heißt, während die Baggerarbeiten sind, kann schon das Licht gar nicht mehr so weit eindringen und die Pflanzen werden schon geschädigt. Und selbst wenn sich dann der ganze Staub wieder gelegt haben sollte, dann legt er sich wie hier auf die Pflanzen und es ist wieder keine Photosynthese möglich. Und hier wieder das Ding mit der Nahrungskette. Wenn unsere Pflanzen sterben, sterben auch unsere Tiere. Wenn unsere Tiere sterben, sterben im Zweifelsfall auch wir. Das soll es auch schon gewesen sein. Kommentare und Fragen in die Kommentar-Section. Vielen Dank fürs Schauen.